26. August 1978. Valery Bukowski und Sigmund Jain besteigen das Raumschiff Soyuz 30. Der Countdown läuft. 15.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Rakete hebt von der Rampe ab. 27. August 1978. 17.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Kuss im Kosmos ist geglückt. Mehr als 1300 Mal haben es die beiden Himmelsbrüder auf der Erde geübt. 52 Abweichungen vom Normalen mussten sie dabei meistern.